Zum Schleudergießen wird eine rohr- oder ringförmige Kokille benötigt. In unserem Beispiel rotiert diese Kokille mit hoher Geschwindigkeit um die eigene Längsachse. Die flüssige Schmelze wird nun über einen Zulauf in die Form gegossen. Der Gusswerkstoff wird dabei durch die Zentrifugalkraft gegen die Kokillenwand gepresst. Während des Gießens transportiert der Wagen die Kokille weiter, sodass der Gusswerkstoff gleichmäßig über die gesamte Länge der Form verteilt wird. Es bildet sich im Inneren der Kokille symmetrisch zur Drehachse ein zylindrischer Hohlkörper. Das Erstarren wird durch den die Form umgebenden kühlenden Wassermantel unterstützt. Das erstarrte Gussstück hat außen die innere Form der Kokille angenommen, die glatt oder auch in Längsrichtung profiliert sein kann. Das Erstarren wird durch den Kühlenden Wassermann gepresst.